Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Das ist quasi eine klassische Blockhauswand, die aber dann doch nicht so klassisch ist. Genau. Die Bauweise ist grundsätzlich sehr alt, aber natürlich hat sich in der Zwischenzeit viel getan, was Fertigungstechnik betrifft und was thermische Standards betrifft und Dauerhaftigkeit auch betrifft. Das ist also außen eine massive, 12 cm starke Blockpole, dann kommt eine Holzfaserdämmung, dann kommt eine Installationsebene, wo die ganze Elektrik untergebracht ist und dann eine Blockinnenpole. Das ist also nur Holz, Holz und Holz, keine Folien, kein Kleber, kein Leim, keine Bauchemie im Wandaufbau und komplett ökologisch. Im Wettbewerb der energiesparsamsten Bauformen, wo rangiert da die Blockhütte? Also bei uns geht das von bis. Wir können Blockhäuser bauen, die das Gebäudeenergiegesetz so einhalten. Wir können aber auch jede Form von Effizienzhäusern bauen. Das heißt, Effizienzhaus 55, Effizienzhaus 40 bis hin zum Passivhaus ist das alles machbar. Blockhaus preislich gesehen im Vergleich zum Fertighaus, Betonbauweise, wo liegen wir da? Wir haben eine hohe Vorfertigungsrate bei uns. Das ist also so, dass auf der Baustelle das sehr, sehr schnell geht. Wir fertigen sehr viel im Werk vor, sodass die Montagen auch sehr schnell sind. Insofern sind wir preislich im Moment gleichauf zum Mauerwerksbau und auch in etwa gleichauf zum Holzfertigbau, zumindest bei den hochwertigeren Fertighausherstellern. Wo kommt das Holz her? Das Baumaterial ist bei uns fast ausschließlich Bergholz. Da ist bei uns der Hauptlieferant, kommt aus dem Salzburger Land, das sind die österreichischen Bundesforste. Das Sägewerk ist da am Attersee, also es ist im Wesentlichen ein heimisches Holz. Wir kaufen ein, wintergeschlägert, über 800 Meter gewachsen, sodass wir halt da eine sehr hohe Qualität haben. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel Mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Die пом barrera Wir 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 Untertitelung des ZDF, 2020